Time Travel Vienna schickt die Besucher durch eine Zeitreise der Stadt Wien. Dabei setzt das Konzept auf eine Mischung aus Entertainment, Technologie und geschichtlichen Informationen und das alles auf dem ältesten Grundstück Wiens. Time Travel Vienna ist eine Erlebniswelt zur Geschichte Wiens. Es werden auf unterhaltsame Weise verschiedene Szenen inszeniert, beginnend von der Römerzeit über die Habsburger, das ganze Thema Musik in Wien, Wiener Walzer, Mozart, Johann Strauß. Dann werden die Kriegsjahre erzählt und bis hin zur Gegenwart mit einer gemütlichen Kutschenfahrt ist dann der Ausklang. Wir haben ja hier nicht einfach nur irgendetwas gebaut. Es ist jedes Detail, jede Figur, jeder Vorhangstoff abgestimmt auf das, was wirklich in der Geschichte da ist. Wenn Sie sich die Filme überlegen, jeder Freizeitpark, den Sie so kennen, zeigt eigentlich Standardfilme, die für solche Kinos gemacht sind. Unsere Filme sind individuell unter unserer Regie hier entstanden. Da sind Geschichten für geschrieben worden, da sind Dialoge für geschrieben worden auf Basis der Charaktere. Eine Tour durch die Katakomben des Salvatorianerklosters dauert eine Stunde. Dabei begegnen den Besucher Sissi und ihr Franz oder Wolfgang Amadeus Mozart. Klänge des Donauwalzers oder miteinander sprechende Bilder machen Wien um eine Attraktion und eine Adresse reicher. Und dann können Sie sich die Verständnis zum Beispiel von der Katakomben des Salvatorianers